Bitte richten Sie Bischof Deininger meine herzlichsten Wünsche für seine baldige Genesung aus und dass ich ihn in meine Gebete einschließe. Bischof Deininger ist da krankmühlig und er kann die Belange unserer heiligen Mutter Kirche in diesem Regierungsausschuss nicht vertreten. Und Sie, mein Bischof, sind soeben zu seinem Stellvertreter ernannt worden? Ja. Ich gratuliere. Danke. Sagen Sie, Mühlig, in diesem Regierungsausschuss, worum ging es da gleich noch? Um Geld, Orga Exzellenz. Um sehr viel Geld. Wer das Geld liebt, wird vom Geld nicht satt, sagt der Salomon. Pfarrer Braun? Was tun Sie denn hier? Ja, da muss Signore Mühlig hobby für jetzt herbestellen. Was wollen wir denn von ihm? Das Übliche. Es geht um die neue Wirkungsstätte von Pfarrer Braun. Na gut, aber schnell. Da gibt es diese Stelle in Potsdam, die überraschend frei geworden ist. Ja, Ihr Vorgänger ist einem Ruf nach Afrika gefolgt, in die Mission. Ach, Braun, manchmal, wenn Ihrem Bischof das viele Lavieren und Taktieren in kirchenpolitischen Angelegenheiten zu viel wird, dann sehnt er sich zurück zu unseren Wurzeln. Missionar in Afrika. Eure Exzellenz werden hier gebraucht. Dringender denn je. So träume ich von Bayern, von einer schönen Landgemeinde. So was wird doch auch mal frei werden, oder? Eine schöne, ruhige Landgemeinde? Ja, das wäre die Alternative. Wenn Sie das so süffisant sagen wollen, Signore, dann ist da bestimmt wieder ein Haken dabei, oder? Wieso? Es gibt eine Anfrage von einem der ursprünglichsten Fleckchen auf Gottes Erde. Kapdan in Ostgrönland. Kapdan? Dann lieber Potsdam. Die Verbrechensrate ist niedrig. Und die Polizeipräsenz hoch, was ihre Kriminalisiergelüste, Pfarrer Braun, ganz und gar überflüssig macht. Die Pfarrei ist übrigens nach St. Kassian von Imula benannt. Ich lege mein Schicksal in Ihre Hände. Seht die Vögel am Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, und der Herr ernährt sie doch. Matthäus 6, 26. Lukas 12, 24. Betten, sechs Flaschen Brunello di Montaccino. Lukas 12, 24. Eigentlich haben Sie auch recht. Exzellenz. Der Spruch steht an beiden Stellen. Oh. Nun, ein bisschen mehr haben doch Sie gewonnen, mein lieber Guido. Mühlig wird Ihnen drei Flaschen schicken. Solange Sie mich nicht nach Grönland schicken. Und nun zu diesem Ausschuss. Um was geht es da nun genau? Um die pauschale Abgeltungssteuer und die daran gekoppelte Kirchensteuer. Das könnte zu finanziellen Unwägbarkeiten für unsere Kirche führen. Das möge der Himmel verhüten, Mühlig. Oder Sie. Exzellenz. In Rom bliebe das nicht unbeachtet. Mir geht es nur darum, unsere heilige Mutter Kirche die Mittel zu sichern, die sie braucht, um sich in der heutigen Welt behaupten zu können. Ihrer Ernennung zum Kardinal könnte das sehr hilfreich sein. Auch dieses schwere Amt werde ich in Demut auf mich nehmen. Auf nach Berlin. Potsdam. Jetzt bin ich schon fast zu Hause in Berlin. Da muss uns der Bischof hier in die Wüste schicken. Mitten in die brandenburgische Sandbüchse. Wenn wir jemals dort ankommen. Heiliger Kassian von Imula. Bitte für uns. Wo kommt der Heilige her? Aus Imula? Ist es nicht da, wo die Rennstrecke ist? Der Heilige, nicht der Einige. Und außerdem ist der Kassian der Schutzpatron der Stenografen. Sag ich doch. Geschwindigkeit. Nehmen Sie sich mal ein Beispiel an Armin. Der genießt die Fahrt. Frau Roßhauptner, Vorsicht! Roßhauptner, Sie gefährden das Leben jeglicher Kreatur. Nicht bloß diese kleinen, stacheligen Gesellen. Wenn das so weitergeht, dann gebe ich das Auto dem Bischof zurück und fahre mit dem Zug, dass sie es wissen. Jetzt fahren Sie richtig schön raus, Hauptnerin. Immer an Matthäus denken, Kapitel 4. Die letzten werden die ersten und die ersten werden die letzten sein. Soweit ich weiß, bezog sich das damals aber nicht auf den Straßenverkehr. Und die Bibel hat doch recht. Wir sind ja noch gar nicht richtig ausgezogen. Parananta hat alles da gelassen. Naja, was soll er auch in Afrika damit? Also ich finde es ganz schön hier. Aber meine Kollegin hätte noch aufräumen können. Die waren ja nicht auf der Flucht. Auf, auf! Koffer reinholen, rauftragen, ausräumen. Ich habe aber Mittagspause. Deine Pause hast du auf der Fahrt gehabt. Ach, ein Wintergarten. Was soll das denn? Mit Gebrauchsanweisung von meiner Vorgängerin. Zentifolie. Im April in Rhein auspflanzen. Von Cannabis steht da aber nichts, wa? Was gibst du denn heute zu essen? Wenn du so weitermachst, gar nichts. Erstmal bringst du die Koffer hoch. Ich habe aber Hunger. Ja, und dann packst du die Kisten aus. Erst wird gearbeitet, dann gibt es was zu essen. Sie müssen Pfarrer Braun sein, stimmt's? Ja, grüß Gott. Wir haben uns erlaubt, Sie an Ihrer neuen Wirkungsstätte mit ein paar Blumen zu begrüßen. Und was wollen Sie mir damit durch die Blume sagen? Die Gärtnerei Kruschke, was meine Schöfte ist, hat sich noch nie lumpen lassen. Was mein Vater damit sagen will, wir würden gern den Auftrag für den Blumenschmuck der Kirche behalten. Gärt. Na, bei der Geschäftslage, wir sind nur gute Katholiken. Ja, dann hoffe ich weiterhin auf Ihre christsoziale floristische Caritas. Wo habt ihr die denn her? Die sind sofort deine Finger da weg. Das sind meine Setzlinge, die hatte ich schon vor Wochen bei der Baumschule Meeren bestellt. Aber wir doch auch, ich meine, hier ist der Liefersteil. Ach so, warum haben Sie das denn uns hier eben? Mensch, gefährdet, hink. Weil du den Lieferanten wieder reingelegt hast, Kruschke. Nee, weil du nischt angezahlt hast, Grün. Ich hatte eine klare Absprache. Ich hab bar bezahlt. Das Lachen wird hier noch vergehen. Wieso denn? Beide Lachen. Das reiten andauernd. Das sind halt Konkurrenten. Geht mir auf die Nerven. Die Grüns haben auch ne Gärtnerei hier um die Ecke. Aber wir sind ne reine Männer-WG, seit meine Mutter gestorben ist, zusammen mit Onkel Kai. Wer ist die junge Dame? Ach, die? Das ist Alicia, die Tochter von Grüns. Tag, Herr Pfarrer. Grün, was machst du noch hier? Na los, schau ab, geh nach Hause und zu deiner Frau. Ab hier, bis das geklärt ist. Hier ist noch lange nischt, die Klärin, wenn du dich bald abholst, kann ich dir sagen, ja? Rabbi, Hilfe. Der Kruschke hat meine Setzlinge. Ein voriges Jahr hattest du seine Pflanze. Nicht ich, der Lieferant hat sie bei mir abgestellt. Und du bist das Unschuldslamad am Grün? Wisst ihr, warum Meusche mit dem auserwählten Volk durch das Rote Meer in die Wüste ging? Weil er sich geschämt hat, mit seiner Mischproche durch die Stadt zu laufen. Ja, vertragt euch! Mit dem da? Wie soll das gehen? Siehens, Herr Pfarrer, bei der Pfeife hätten sie sonst ihre Blumen bestellen müssen. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Wie viele Setzlinge habt ihr denn bestellt? 20. Und Sie, Herr Grün? Auch 20. Und wie viele sind das? Chaim Selig, Rabbi der hiesigen Gemeinde. Guido Braun, der neue Pfarrer von St. Kassian. Katholisch, ihr Nachfolgeorganisation. Aber Rabbi ohne Bart, gibt's gleich sowas auch? Eine Ziege hat einen Bart und ist doch nur eine Ziege. Dass Sie nicht gleich weglaufen sind, wo Sie mich gesehen haben, hab ich schon gemerkt, dass Sie ein liberaler Rabbi sind. Ich habe auch orthodoxe Beter in meiner Gemeinde. Sagen wir, liberal-konservativ. Wichtig ist, man ist überkonfessionell wertkonservativ. Das Gegenteil wäre blödkonservativ. Das sind tatsächlich 40 Setzlinge, Herr Pfarrer. Da muss man die Baumschule zu viel aufgeladen haben. Nächstes Mal überlegt's zuerst und denkt's immer dran, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Nicht schlecht für einen Katholik. Da sehen Sie noch was Schönes dabei rauskommen, wenn man alte Religion konsequent und liebevoll weiterdenkt. Rabbi, Die behalten die Kräftigen und geben mir nur die kleinen Schwachen. Sei froh, dass du überhaupt was kriegst. Los, jetzt machen wir's wie beim Schulsport. Ihr sucht euch immer abwechselnd einen Setzling aus. Genau. Sind Sie auch immer als Letzter ausgewählt worden? Das ist das Los der Denker. Aber es tut weh. Nein, Lea Grün hat angerufen. Aus der Synagoge. Herr Schulmann liegt dort. Er ist tot. Der David wieder. Ich brauch dein Rat. Und ich deins. Pfarrer Braun. Geiger. Was hat Sie nach Potsdam verschlagen? Befehl des Bischofs. Alternative war aus Grönland. Aber was machen Sie hier? Ich bin jetzt beim LKA. Die Wege des Herrn sind unerforschlich. Wie konnte das passieren? Das LKA sucht neuerdings verstärkt Leute, die in der Praxis nachgewiesen haben, dass sie höchsten Ansprüchen gelingen. Ich wollte wissen, warum Sie hier sind. Ich habe immerhin schon einige spektakuläre Fälle gelöst. Ist mir bekannt. Man hat meine erstklassige Beurteilung ausgestellt. Die bleiben hier stehen. Furchtbar. Wie kann sowas geschehen? In unserer Synagoge. LKA, Kriminalhauptkommissar Geiger. Wer hat die Leiche gefunden? Ich. Name. Ich heiße Lea Grün. Ich wollte nur das Obst für den Schabbat bringen. Und dann finde ich den Michael. Das ist mein Geselle aus der Gärtnerei. Wer sollte den Michael umbringen wollen? Vielleicht war es gar kein Verbrechen. Wenn jemand hier drosselt worden ist, dann ist es ein Verbrechen. Sie haben sich im Gotteshaus geirrt. Es ist auch der Gott meiner Väter. Und kann man sich wirklich irren, wenn man ein Gotteshaus betritt? Er ist sozusagen mein Assistent. Und Sie, Sie sind der Pfarrer hier? Sie müssen entschuldigen, der Herr Geiger ist vom LKA. Der kennt es doch nicht so aus. Geiger, das heißt hier Rabbiner. Ach so. Ja, dann. Ich würde ein bisschen auflassen, der Herrin. Und Sie, was haben Sie gesehen? Ich? Nichts. Warum war Herr Schulmann wohl hier? Wir waren verabredet. Er hatte etwas auf dem Herzen. Jedenfalls am Telefon klang er sehr bedrückt. Vielleicht wollte er sich bei Ihnen entschuldigen. Sie warten mal unten. Es gab Streit. Er hat gegen jüdische Regeln verstoßen. Das kommt wahrscheinlich daher, weil es davon in der jüdischen Religion 613 gibt. Wir Katholiken haben klugerweise nur im Wesentlichen die zehn Gebote übernommen. Was haben Sie denn da? Draht. Der lag vor dem Eingang. Ich habe ihn aufgehoben, damit niemand stolpert. Blumentraut. Sie denken doch nicht etwa? Ich? Sie hatten also Streit mit dem Opfer? Keinen Streit, eine Verabredung. Streit mit dem Opfer verabredet und die mögliche Tatwaffe in der Tasche. Ich fürchte, ich werde Sie vorläufig festnehmen müssen, Herr Rabbi. Vor dem Gesetz sind nämlich alle gleich. Jetzt, Moment einmal. Worum ging es denn bei diesem ominösen Streit überhaupt? Jemand hat den Michael Schulmann an der Havel mit einer Schubkarre gesehen am Schabbat. Schabbat und Arbeit, das geht nicht. Geiger, schauen Sie, das ist ein religiöser Disput. Das ist kein Streit, das ist eine theologische Auseinandersetzung. Das rechtfertigt keine Festnahme. Und der für einmal. Da schauen Sie her, Geiger, sehen Sie was? Ich sehe nichts. Wenn jemand einen mit Blumendraht erdrosselt, dann hinterlässt es auch beim Täter Spuren an den Händen. Ich nehme ihn trotzdem mit. Was hilft Klugheit, wenn die Narheit regiert? Sie können jetzt gleich seine Aussage aufnehmen. Besser ein Unrecht erleiden, als ein Unrecht tun. Herr Kommissar, Sie verdächtigen doch nicht etwa meinen Mann. Entschuldigen Sie. Nein, nein, vielen Dank. Aber bei uns ist es verboten, dass ein Mann die Frau des Rabbiners berührt. Aber ich hätte sie doch nicht fallen lassen können. Nein, in Notfällen ist das erlaubt. Vielen Dank. Was für ein lieber Junge. Er erinnert mich an meinen Jossele. So heißt unser Sohn, er ist in Israel. Pfarrer Braun, die glauben doch nicht, dass mein Mann... Wer dem Herrn vertraut, dem wird geholfen werden. Lassen Sie uns zu unserem gemeinsamen Herrgut beten, dass wir den Mörder bald finden. Ich werde auch alles tun, was in meiner Macht steht, um damit zu helfen. Danke. Baruch Hashem. Der Armin wird Sie jetzt nach Hause begleiten. Nein, nein. Vielen Dank, es geht schon wieder. Aber das mache ich doch gern. Aber dann musst du bei mir zu Hause erst mal was essen. Du siehst ja schon ganz blass aus. Das macht Ihnen so schnell keiner nach, Frau Rosshauptner. Das ist mal so eine richtig leckere Hühnersuppe. Ja, aber noch einen Nachschlag gibt es dann nicht. Der Rest ist für den Armin, wo der wieder bleibt. Müssen Sie eigentlich immer Gäste mitbringen, bevor wir hier richtig eingezogen sind? Wenn es nach dem geht, darf ich ja niemals jemand mitbringen. Denn der Herr Geiger ist jetzt beim LKA. Wo denn da? In der Handtuchausgabe? Das mag ich nicht mehr. Der Kommissar Geiger hat eine hervorragende Beurteilung gekriegt. Tja, dann. Den Herrn Pfarrer brauche ich gar nicht. Ach, eins gibt es doch, was Sie wissen müssen. Dass die Frau Rosshauptner mich nicht mag. Ja, das vielleicht auch, aber wen mag die schon? Nein, was anderes. Das Opfer war Geselle in der Gärtnerei der Grüns. Das Konkurrenzunternehmen heißt Kruschke. Und die beiden kämpfen schon fast handgreiflich um Marktanteile. Ja, und? Da könnte doch ein Motiv liegen. Ich werde erst mal ein Auge auf den Trabbi haben. Wer weiß, vielleicht verbirgt sich da ja auch noch einiges unter dem Mantel der Geistlichkeit. Und das andere Augegeiger? Was ist damit? Das werfen Sie vielleicht in die Wohnung vom Opfer. Ja, der Gedanke treibt mich auch schon lange um. Wissen Sie was? Ich will mal nicht so sein. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Als geistiger Beistand? Ja, die Zuständigkeiten müssen klar sein. Was soll ich bloß tun? Wer ist nur zu so einer Tat fähig? Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt, sagt der Papst. Und genauso viele Ursachen gibt es für Mord. Ja, dann lassen wir den Papst mal weg. Hatte Schulmann Feinde, Schwierigkeiten, privater Art? Nein, Michael war ein ruhiger, verlässlicher Mensch. Nun gibt es ja, um es präziser auszudrücken, einen möglicherweise eventuell der Tat Verdächtigen. Wie war denn Schulmanns Verhältnis zu Ihrem Rabbi? Sie glauben doch nicht im Ernst, unser Rabbi... Jetzt lassen wir die Glaubensfragen mal beiseite und halten uns an die Fakten. Wurde Ihnen dieser Schulmann gewohnt? Im alten Pflanzhaus, ich zeig's Ihnen. Sie haben alles Picobello beieinander, Herr Grün, hier. Da steckt viel Arbeit drin. Wir sind nicht umsonst die erste Adresse in Potsdam. In floristischer Hinsicht. Und die vermeintlich Zweite glaubt wahrscheinlich jederseits, dass sie die Erste ist. Die Kruschkes, die können doch nicht mal einen Kaktus von einem Rapsfeld unterscheiden. Leg dich nicht so auf. Die Kruschkes tun uns nichts. Doch, tun sie. So ist sie, meine Alisha. Über keinen ein böses Wort. Hallo. Ist Post gekommen. Für Schulmann. Bestätigung der Parkverwaltung. Ich hab's auf deinen Schreibtisch gelegt. Der Park von Sanssouci. Alleenartige Bebaumung nach historischem Vorbild. Solche Aufträge kriegt Kruschke nicht. Schulmann. Wie soll es bei solchen Kunden ohne ihn weitergehen? Hallo. Ich hab auch Landschaftsarchitektur und Botanik studiert. Er hat mal Botanik studiert. Für seinen Lebensunterhalt hat er bei mir gearbeitet, aber in seiner Freizeit hat er sich mit Neuzüchtungen beschäftigt. Sein Hobby war auch sein Beruf. Blumen. Ja, viel Geld hat er ja nicht ausgegeben, wenn man sich die Einrichtung so anguckt. Bescheiden hat es keine Sünde, Geiger. Wenn man es nicht übertreibt. Und Michael war mehr als sparsam, um nicht zu sagen geizig. Das ist allerdings eine Sünde. Eine sogenannte Wurzelsünde. Ja, passt doch zur Gärtnerei. Das LKA-Kriminalhauptkommissar Gei. Ja. Aha, die Morg. Ja. Ja. Wieso das denn nicht? Ja, Toscher hier. Was ist denn da? Was? Herr Grün, als jüdischer Gärtner hält man sich da in Deuteronomie um 22 Vers 9. Ja, natürlich. Du sollst deinen Weinberg nicht zweierlei bepflanzen. Äh, ja, richtig. Der Satz bedeutet für uns, dass Pflanzen nur dann koscher sind, wenn sie nicht auf dem Acker mit anderen gemischt werden. Ja. Das ist ja an sich ja klar, Herr Absache der Bibel an die genetische Manipulation, oder? Ja, Herr Grün. Ja, ja. Sie entschuldigen mich. Die Arbeit ruft. Ja, sehr gut. Weitermachen. Der Tod trat ungefähr eine Stunde vor dem Auffinden ein. Der Draht, den der Rabbi Selig in der Tasche hatte, war die Mordwaffe. Aber er ist so dünn, dass man keine Fingerabdrücke drauf feststellen kann. Nur eins hat die Kriminaltechnik festgestellt. Der Täter war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Rechtshänder. Dann haben wir ja bloß ein paar Millionen Verdächtige. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das mit dem Wort, das musst du nicht wörtlich nehmen. Ein kleines Zeichen würde mir auch reichen. Herr, schau mal, der Rabbi Selig ist einer von deinen Leuten. Dem muss ich doch helfen. Weißt du was? Wenn du was dagegen hast, gibst du bei Gelegenheit ein Zeichen. Ja, Herr, dann machen wir jetzt an die Arbeit. Ich hab's ja gewusst, du hast ja ein Sehen. Schade, dass der Garten jetzt so aussieht. Ihre Vorgängerin hat sich ja immer so viel Mühe gemacht. Aber ihre Liebe zu den Pflanzen ist von denen, wie soll ich sagen, nicht auf die gleiche Weise erwidert worden. Lassen Sie mich raten. Ihr Garten ist der schönste. Ja, im ganzen Viertel. Ich weiß ja auch nicht, wie das kommt. Aber bei mir da grünt und blüht es, dass die Leute sogar stehen bleiben. Wenn jetzt der Frühling kommt, dann werden Sie es ja selber sehen. Erst kommen die Tulpen, dann die Küchenkräuter und dann die Zentifolien. Zentifolien? Na, die Provence-Rose. Machen Sie auch Konfitüre aus den Blättern? Äh, Konfitüre aus Rosenblättern? Naja, machen sich nicht so viel Arbeit. Es kann ja nicht jeder den grünen Daumen haben. Ja, wo Sie recht haben, da haben Sie recht, Frau Selig. Na, wart's nur ab. Aus dieser Wüste hier mache ich ein zweites Sanssouci. Arisha, auf ein Wort. Ja? Ich war gerade beim Schulmann in der Laube. Ja, da habe ich Sie gesehen und Ihren Vater, den konnte ich gerade noch ablenken. Sie wissen von Gerd und mir? Ja, wissen, ich habe es vermutet, wisst du es erst jetzt. Aber Liebe ist ja nichts Verwerfliches, auch wenn Konfessionen die Liebenden trennen. Tja, wir würden gern heiraten. Wir sind schon so lange zusammen, aber meine Eltern und Gerds Vater, die würden uns nie verkraften. Als wäre wohl unser Ende. Na, Arisha, das Gegenteil ist richtig. Liebe ist nicht das Ende, die Liebe ist der Anfang von allem. Amen. Amen. Baruch haba, Herr Pfarrer. Wie geht es Ihnen? Sind Sie, verehrter Herr Kollege, schon einmal des Mordes verdächtigt worden? Auch das. Aber meistens werde ich der Aufklärung von Morden verdächtigt. Für einen Unschuldigen liegt der Verdacht beinahe so schwer wie die Tat. Weiß Gott. Also, fangen wir an. Wo waren Sie in dem Zeitraum, bevor Lea Grün den toten Schulmann gefunden hat? Ich bin kurz zuvor nach Hause gekommen. Ich war in Berlin einkaufen. Hier gibt es keine koscheren Läden. Wenn Sie einen Zeugen dafür hätten, dann wären Sie aus dem Schneider. Ich fürchte, zur fraglichen Zeit war ich allein im Auto unterwegs. Kann es sein, dass dieser Schulmann Opfer dieser Gärtnerfamilienfäde geworden ist? Zwischen den Kruschkes und den Grüns? Zwei Juden, drei Meinungen. Und wenn noch ein Christ dazu kommt, aber deswegen geschieht kein Mord. Ausgeschlossen. Was ist denn von diesem zarten Band der jungen Liebe zu halten zwischen Gerd Romeo Kruschke und Julia Alicia Grün? Sie wissen davon. Alicia war gerade bei mir. Wenn wahre Liebe zum Problem wird, dann ist nicht die Liebe das Problem. Da haben Sie recht. Aber wenn die beiden heiraten wollen, muss Gerd zum jüdischen Glauben übertreten. Das sind nur mal die Fakten. Bei uns Katholiken ist es genauso, bloß umgekehrt. Das sind unsere katholischen Fakten. Ich soll zulassen, dass Adam Grüns Tochter einen Christen heiratet? Er pilgert einen Jude zum Papst. Dann wird der Gerd dafür sorgen, dass die Alicia für die Hochzeit zum christlichen Glauben überwechselt. In dem Fall pilgere ich selber hin. Dann bestelle ich Ihnen jetzt schon mal Zimmer in Rom. Beim Heiraten hört der Spaß auf. Also, was machen wir? Wir sollten mit den jungen Leuten reden. Ich rufe Alicia an, Sie Gerd. Aber keine Tricks. Ich bin zwar katholischer Pfarrer, aber nicht von der Gesellschaft Jesu. Dringende Amtsgeschäfte. Beratungsausschuss? Aber Sie wissen schon, dass ich den Schweins braten. Na gut. Ich sitze hier im Umzugschaos, koche auch noch und Sie sitzen in dem Beratungsausschuss. Dann kriegt eben Armin Ihre Portion. Tschüss. Ein Beratungsausschuss? Ein jüdisch-katholischer nehme ich an. Bitte. Hey Armin, was machst du hier? Der Lieblingsvaters kriegt nur den Schweinsbrunnenrohr. Die Frau Selig hat mich gebeten, zum Essen zu bleiben. Und da sie so aufgelöst war... Schauen Sie mal. Hier in der Küche kann man koscher kochen. Die eine Seite ist für Fleischprodukte und die andere für Milchprodukte. Viel mehr interessiert mich, was die Frau Selig da für uns zaubert. Geschmorte Laubschulter mit Rettich, Herr Pfarrer. Und ein bissl am Rosmarin, gell? Himmlisch. So muss es in einem geistlichen Haushalt duften. Wie sagt man so schön? Wenn ich vor Hunger sterbe, esse ich lieber gebratenes. Danke. Das heißt also, einer von uns beiden müsste... Die Religion wechseln. Verliebt sein reicht da nicht aus. Du musst unseren Glauben wirklich annehmen wollen. Der Konvertit fragt den Rewe dreimal. Und wird dreimal zurückgewiesen. Wir missionieren nicht. Wenn du das vierte Mal fragst, kannst du Jude werden. Das ist bei uns einfacher. Das ist gescheiter Dialischa wird Christin. Weil wenn die katholische Kirche irgendwo wenig Bürokratie kennt, dann in Sachen eintritt. Und das Sakrament der Ehe... Ist für uns auch das Wichtigste. Ohne Judentum keine Ehe. Ja, aber wir fühlen uns ja eigentlich ganz wohl in unseren Religionen. Ja. Ich fürchte, da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Wenn es sich zu gehen lohnt. Sie meinen, eine Unterweisung der jungen Leute in beiden Religionen? Zum Beispiel abwechselnd hier bei Ihnen und dann bei mir im Pfarrhaus drüben. Pfarrer Braun, das darf ich nicht. Und das wissen Sie auch. Ich kann's auch alleine machen. Arischa wird nicht kommen. Und Gerd wird sich nicht einmal fragen, ob er Jude werden darf. Na, das kann ja was werden. Wenn Sie sich schon streiten. Wir müssen los. Danke. Ja. Jetzt, wo die beiden weg sind, hätte ich Ihnen einen Vorschlag zu machen. Sie könnten doch, während ich die jungen Leute unterweise, als, ja, wie soll ich sagen, als fachkundiger Beobachter teilnehmen. Sie laden mich ein, als Gast dabei zu sein? Das kann ich nicht annehmen. Aber ich kann Ihnen für das erste Treffen mein Haus anbieten. Vielleicht bin ich ja da. Hey, war der Ignatius von Loyola einer von eure Leuten? Die Jesuiten sind eure Erfindung. Ausnahmsweise. Wir hätten die Fotos bei ein bisschen mehr Sonne machen sollen. Dafür ist jetzt niemand da, der uns beobachten könnte. Denn nur ganz wenig Leute hier. Frau Rossockner. Ach, störe mich jetzt nicht, Armin. Mach die Fotos. Achtung, 6 Uhr. Es ist nur um 6 Uhr. Ach, Armin, lass das. Da drüben. Die Osterglocken. Die sind widerstandsfähiger und kommen noch früher. Ach, ich wollte eigentlich nur... Eine Zwiebel ausgraben, ja? Ist verboten, das wissen Sie. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das wird ja jeder machen. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Trempe, Chef der Parkverwaltung. Rosshauptner. Schauen Sie, der Park hier ist seit Jahrhunderten gewachsen. Und selbst ich als Botaniker entdecke immer wieder kleine neue Kostbarkeiten. Aber ich grabe sie nicht aus. Ja, wissen Sie, ich wollte mir nur ein paar kleine Anregungen für unseren Fahrgarten holen. Ja, Sanssouci nachzubauen dürfte selbst mit viel krimineller Energie nicht gelingen. Fahrgarten? Ja, die katholische Pfarrei St. Kassian. Ach ja, da haben Sie ja einen Fachmann gleich um die Ecke. Den können Sie auch mal fragen. Michael Schulmann, Gärtnerei Grün. Den kann man nicht mehr fragen. Der ist leider erdrosselt worden. Erdrosselt? Kannten Sie ihn denn gut? Ja, ja. Wir haben zusammen studiert. Michael Schulmann war eine Kapazität. Der hatte schon in seiner Studentenbude ganz erstaunliche Züchtungserfolge. Nehmen Sie die Friselei Imperialis ruhig mit. Aber nie wieder. Ein sehr sympathischer Mann. Sag mal, Armin, du siehst ja ganz schlecht aus. Wahrscheinlich, weil du gestern Abend nichts mehr gegessen hast. Also, das ist ja mal wieder typisch. Sie werden bei einem Clown erwischt und dann kriegen Sie es noch geschenkt. Mich hätte er bestimmt verhaftet. Hättest mich ja auch warnen können. Hab ich doch. Sechs Uhr. Was ist denn sechs Uhr? Neun Uhr, zwölf Uhr, drei Uhr. Und sechs Uhr bedeutet, da ist etwas direkt hinter Ihnen. Hab ich im Knast gelernt. Na, dann mal schnell zurück zum Auto. Da steht fünf Uhr. Und deshalb steht fest, ob Christ oder Jude, uns verbindet ein Gott. Ich bin ja hier nur Gast, auch wenn es mein Haus ist. Aber für uns gibt es nur Hashem, während ihr Christen Vater, Sohn und Heiligen Geist anbetet. Wir Christen haben das Judentum weiterentwickelt. Die heilige Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist Ausdruck der Einheit des göttlichen Wesens. Zeigen Sie mir drei, die einer Meinung sind. Undenkbar. Hashem ist einzig. Alles andere ist verboten. Ja, für einen Juden. Das Judentum ist eine Religion der Wüste. Wir Christen haben die Religion für die Zivilisation tauglich gemacht. Schöne Zivilisation. Die Tora ist vollkommen. Sie darf nicht verändert werden. Sie enthält sogar die zehn Gebote, auf die nicht mal ihr Christen verzichten könnt. Die zehn Gebote sind ein wunderbares Fundament. Aber wir haben mit einem neuen Testament darauf aufgebaut. Diese wunderbare Botschaft von der Vergebung der Sünden und von der Liebe. Wenn ihr schon im Himmel seid, können wir uns das Ganze hier sparen. Entschuldigung. Da sehen Sie, die Liebe ist der Anfang von allem. Wenn sie aufgehoben ist, im richtigen Glauben. Und damit sind wir wieder beim Christentum. Und so wird aus dieser Auseinandersetzung auch unser Herr Jesus als siegreicher Sieger hervorgehen. Ein Haar von eines Mädchens Zopf zieht stärker als zehn Ochsen. Amen. 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 Das ist absoluter Kult. Das würde ich sogar nur im äußersten Notfall waschen. Wirklich. Wie mein Jossele. Versteckt euch. Dein Vater kommt. Ihr habt noch ein Kruschke? Kruschke. Na gut, ich komme sofort. Dieses ewige Versteckspiel macht mich fertig. Danke. Woher weißt du das? Der Pfarrer hat es mir erzählt. Es geht mich zwar nichts an, aber warum haut ihr nicht beide einfach zusammen ab? Und macht irgendwo eine Gärtnerei auf oder so. Das ist nicht so einfach. Vater ist nicht mehr derselbe, seit Mutter gestorben ist. Und wenn ich jetzt auch noch abhaue, dann dreht er völlig durch. Dein Vater hat wenigstens zwei Frauen im Haus. Aber eine davon will er ja nicht gehen lassen. Meine Eltern brauchen mich noch mehr seit Schulmanns Tod. Wir hatten gehofft, dass dein Pfarrer und der Rabbi uns helfen. Aber das wird ja wohl nichts. Unterschätzt mir Pfarrer Braun nicht. Ciao. Tschüss. Hey. Danke Kumpel. Bist du in Ordnung? Erzähl das den Frauen hier. Ross-Happel, wir haben eine kleine tachometrische Vereinbarung. Ach, die ist außer Kraft. Das ist jetzt praktisch ein Polizeieinsatz. Nicht wahr, Herr Geiger? Fehlt bloß noch das Blaulicht und die Sirene. Die Sirene haben wir doch. Was wollen Sie, Ihre Nerven schonen oder erfahren, wohin die Frau will? Jetzt ist sie weg. Also erst verheimlichen Sie mir, dass Lea Grün sich bereits verdächtig gemacht hat und jetzt Behinderung einer Amtshandlung. Was soll ich denn davon halten? Ja, bin ich vom LKA, das sind Sie vom LKA. Ja, ich? Ach, Tag, Frau Selig. Guten Tag, Frau Ross-Hauptner. Was macht der Garten? Äh, der macht sich. Ja, aber Entschuldigung, ich hab was auf dem Herd. Ich will Sie ja gar nicht lange aufhalten. Ich hab dem Armin nur den Rest von gestern mitgebracht. Ach, wieso glauben Sie, der kriegt bei mir nicht genug? Nein, aber es hat ihm doch so gut geschmeckt gestern Abend. Und dem Pfarrer Braun auch. Ach, der Armin hat gestern Abend bei Ihnen gegessen? Mhm. Und der Pfarrer auch? Was gab's denn Schönes? Geschmurte Lamm-Schulter. Und die Dose können Sie dann behalten? Eine Lamm-Schulter für Armin und eine Plastik-Dose für mich. Womit haben wir das verdient? Wissen Sie, die Dose ist nicht mehr koscher, wenn sie in einer normalen Küche war. Also, schönen Tag noch. Und grüßen Sie den Pfarrer von mir und Armin auch. Das wehrte ich. Na, die hat Rutzpe. Ja. 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 120 Partnersissime Ich bin ja schon wieder auf Diät. Wenn Sie Hunger haben, gehen Sie doch zu Frau Selig und nehmen Sie Armen gleich mit. Deswegen bestellen Sie mich in aller Herrgottsfrühen in den Park wegen ein paar Buchsbäumen. Thujen. Also ich habe auch was besseres zu tun, als Uftre in der Herzerin auf die ich ein Recht habe. Ich muss schon sehr bitten, Herr Kruschke, es gab eine ordentliche Ausschreibung. Ja, dann haben Sie das alles mit Ihrem alten Freund Schulmann ausgekaspert und grün in Auftrag geben, oder? Ja, Schulmann war mein Freund. Aber vor allem verfügt er über fulminante Fachkenntnisse. Und was hat das alles mit Thujen oder Buchsbäumen zu tun? Wir befinden uns hier in einem der wohl berühmtesten Parks der Welt, lieber Herr Kruschke. Und von daher spielt die fachliche Kompetenz der ausführenden Gärtnerei selbstverständlich eine Rolle bei der Auftragsvergabe. Und Kompetenz werden seinen Schulmann ja wohl nicht absprechen. Aber nun ist er tot. Und da sollten die Karten doch wohl wieder neu gemischt werden, oder? Was krummeln Sie da da und für Einwände zum Pessachfest? Ich bin nur Gast hier bei diesem Gespräch. Aber einer, der sich sehr gut auskennt. Ich weiß, Ihr Juden, Ihr missioniert seit tausenden von Jahren nicht, das ist mir schon klar. Aber Sie können mir bestimmt aus Ihrer Sicht Exodus 1 bis 16 erklären, oder? Also, an Pessach. Gedenken wir des Auszugs aus Ägypten. Traditionell trinken wir da vier Gläser Wein, aber nicht aus Verlangen nach dem Rebensaft. Sondern als Erinnerung an die vier Ausdrucksformen der Errettung aus Ägypten. Seien es nicht fünf Gläser Wein? Wollen Sie mich prüfen? Weil einige Rabbiner in der Tora eine fünfte Form fanden. Deshalb trinken wir das fünfte Glas auch nicht. Das stellen wir hin für den Propheten Eliau. Und er soll nach seinem Kommen diese Frage entscheiden. Einer Religion ist eine einzige Warterei. Ihr seid nur am Warten auf Eliau, auf den Messias. Und den Messias haben wir schon. Es ist Jesus. Und der ist ja nur an Weihnachten geboren. Unsere Kinder sollen auf Weihnachten verzichten? Chanukka ist doch viel schöner. Da gibt es ja nicht mal Geschenke. Natürlich gibt es ja Geschenke. Du bist jetzt schon Experte fürs Judentum. Chanukka ist die Zeit der Wunder. Genau. Und Weihnachten ist das Fest der Liebe. Da gibt es nach meinem Geschmacksmessor zu viele Geschenke. Er sagt es. Siehst du. Also entschuldige bitte, aber eigentlich mache ich das Ganze hier nur für dich. Für mich? Du machst es nicht für mich. Du machst es für uns. Alicia. Katholischer Dickschädel. Nur weil ich mit meiner Familie Weihnachten feiern will, oder was? Ist es nicht befremdlich für Sie, dass die Religion zwei junge Liebende auseinanderbringt, wo unser Glaube doch die Liebe in die Welt hinaustragen sollte? Auch das ist christlich. Die beiden haben nur eine Zukunft, wenn Gerd konvertiert und Alicia dadurch einen Juden heiratet. Sie sind ein solcher Dickschädel. Sie sind wie die Eltern der beiden, die den Kindern neben der Liebe die Vorurteile mitgegeben haben. Globt zu Jesus Christus, Herr Pfarrer. Globt zu Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Die Jungen mögen die Vorurteile überwinden, aber die Alten bleiben unbelehrbar. Die Alten sind Konkurrenten und es ist zu wenig Bedarf. Da haben es die Jungen nicht leicht. Wo steht geschrieben, dass das Leben leicht ist? Herr, bei uns steht doch geschrieben, die Liebe ist stärker als der Tod. Oder? Geradeaus. Den wollte ich Ihnen doch persönlich vorbeibringen. Wir sind ja alle heilfroh, dass der neue Pfarrer so eine charmante Haushälterin mitgebracht hat. Mhm. Na, hoffentlich finden Sie das nach drei Monaten immer noch. Ah, warte. Hallo? Ach, der Herr Geiger. Nee, der Herr Pfarrer ist nicht da. Vielleicht versuchen Sie es mal bei der Frau Selig. Ja, ich riecht's aus. Geiger, ist das nicht der Kommissar, der den Mordhahn-Schulmann untersucht? Genau der. Das ist ja so eine schreckliche Sache. Hat er denn schon eine Spur? Da müssen Sie ihn schon selber fragen. Und Ihr Chef? Man hört ja, der ist besser als so mancher von der Kripo. Na, also besser als der Kommissar Geiger auf jeden Fall. Beim Geiger, da kann sich der Täter ganz sicher fühlen. Soll ich Ihnen Randunkelkästen ans Fenster machen? Die bringen den Frühling ins Haus. Äh, kann man die von der Straße aus auch sehen? Ja, ja, klar. Ja, danke. Können Sie gleich schon mit anfangen. Ach, der Herr Pfarrer. Na, was gab's denn heute bei Frau Selig? Großhauptner, ich muss Abbitte leisten. Sorgen Sie für die Seele des Seelsorgers. In Form einer Brotzeit die Leib und Seele zusammenhält, dass ich mein seelsorgerisches Wirken gottgefällig verrichten kann. Und wer kümmert sich um meine Seele? Die sich Tag ein, Tag aus um den Pfarrer und den Messdiener und um was weiß ich noch alles kümmert? Großhauptner, ich versprich's Ihnen. Zu Ihrem 50-jährigen Betriebsjubiläum als Pfarrersköchin nächstes Jahr schreibe Ihnen einen wunderbaren Artikel im Kirchenbladl. Übernächstes. Na, da werden wir mal sehen. Das hätte ja gar nicht zu Kreuze kriechen brauchen. Dann hätte es nichts gegeben. Hm, nicht mal schlecht. Ego te absolvo, nomine Patris, fili spiritus sancti. Amen. Amen. Herr Pfarrer, der Essenhof hat... Waren das nicht alle deine Sünden? Doch. Aber das geht um den toten Gesellen von dem Ollen Grünen. Aber das gehört nicht mehr als Erbeichte, oder? Nee. Raus. Jetzt erzählen Sie mir alles, was Sie über Schulmann wissen. Na, also, ich hab da die Stecke zu so einem Ausflugslokal an die Havel gebracht. Und als ich aus dem Auto aussteige, da seh ich diesen Schulmann mit so einem Typen. Und? Die stritten haben die. Der ist dem Schulmann fast an die Gurgel. Haben Sie darüber mit dem Kommissar geredet? Nee, eben nicht. Was hab ich mit dem blöden Grünen sein, die Sellen zu tun? Aber da hat es ja nun auch Mord je, dachte ich, da besteht vielleicht ein Zusammenhang. Wie hat denn der Typ ausgeschaut, der dem Schulmann an die Gurgel ist? Können Sie uns den beschreiben? Ja, das war eben so ein Typ. Ah ja, der hat den T-Shirt an, da stand Havelstürmer drauf. Havelstürmer? Und, weiter? Was war ich da? Na, das war's. Ach, das war's. Dann ziehen Sie hin in Frieden und denken Sie dran, wir sind Christenmenschen. Die Nächstenliebe gilt auch für die Grüns. Hm. Danke, Herr, dass du mir in dem dir so wohlgefälligen Werk den rechten Weg gewiesen hast. Aber einen kleinen Hinweis würde ich schon noch brauchen. Sehr gesprächig bist du momentan nicht. Gabi, wenn Sie jetzt noch ein bisschen langsamer fahren, dann stehen wir. Die Klugen gehen zu Fuß, die Narren fahren in der Kutsche. Schlecht gefahren ist besser als gut gegangen. Eigentlich fahre ich lieber mit dem Rad. Das ist nicht so schnell. Ja, trotzdem nett, dass Sie mich chauffieren. Sind Sie sonst schneller? Ja, beim Kriminalisieren schon. Das habe ich auch gemeint. Und davon müssen wir nichts. Festhalten. Wie man unschwer erkennen kann, sind Sie vom Boots voller Havelstürmer, oder? Heute Morgen war ich noch der Bissitz-Eiwesen. Wieso? Kennen Sie einen gewissen Michael Schulmann? Und ob ich den kenne, die Pfeife? Keniert, aber macht hierhin noch dicke Hose. Dann haben Sie Geschäfte gemacht mit ihm. Das tue ich immer noch. Und das nächste Mal, wenn der hierher kommt, zieht ihm sowas von die Ohren lang. Da werden Sie keine Gelegenheit mehr dazu haben. Wir haben es umgebracht. Und ich werde wieder alle auf den Kosten sitzen. Auf welchen Kosten? Die Miete. Von Schulmann sein schwimmenden Yarten. Kommen Sie zurück her, dann sehen wir uns besser. Was ist denn? Das weiß ich noch nicht. Aber irgendwas ist da faul. Der ist, dachte ich, ganz normal. Der will eine Datsche. Für sich und seine Süße. Sie haben keine Ahnung, wie beliebt das mit den Hausbooten geworden ist. Was hat er gemacht auf dem Hausboot? Ach, wissen Sie, wenn Sie den Job 50 Jahre lang machen, dann wollen Sie das eigentlich nicht mehr selber wissen. Aber der... Na, kommen Sie. Sehen Sie selbst. Ja? Hi. Was machst du hier? Na, dasselbe wie du, glaube ich. Das kann nicht sein. Wir haben hier den Auftrag für die Allee-Bebaumung. Äh, ja. Für 60 Stück. Nein. Für 120. Es sind 60. Die andere Hälfte machen jetzt wir. Und wieso haben wir dann einen schriftlichen Auftrag über 120 Thujen? Ich habe die Bestätigung selber in der Hand gehabt. Ja, das kannst du nicht wissen. Das hat sich geändert. Und mein Vater hat sich gestern mit Dr. Tremper getroffen. Ihr habt uns den Auftrag weggenommen. Das habt ihr doch die ganze Zeit gemacht. Und jetzt hat jeder die Hälfte. Ist doch super. Ist nachher super. Na, wir können die ganze Zeit zusammen sein. Zusammen arbeiten. In einem der schönsten Parks der Welt. Tja, toll. Und wir gehen deswegen pleite. Sind dir die blöden Thujen jetzt wichtiger, oder was? Michael fehlt mir. Das konnte er viel besser als ich. Jetzt nimmst du dich doch nicht so zu Herzen. Das ist furchtbar mit dem Michael, aber... Kind, was ist denn? Nichts. Bist du schwanger? Nein. Verliebt? Ja. Dann freu dich doch. Wer ist es denn? Der Jakob von den Title Bows? Nein. Dann kann es ja nur Aaron Ginzburg sein. Mit dem hast du ja schon im Sandkasten gespielt. Gerd Kruschke. Wer? Gerd Kruschke. Ich liebe ihn. Und er liebt mich. Ein Gäu? Und dann auch noch ein Kruschke? Kannst nicht freuen. Er muss zerstritten. War der Schulmann oft hier? Ich hab immer wieder Licht auf dem Boot gesehen. Aber sonst hat man verdientlich viel mitbekommen. Ist auf dem Wasser. Das muss da aushalten. Hier ist überhaupt nichts koscher. Saure Milch. Vergammelte Wurst. Der Wein ist garantiert. Träfle. Schulmann, Schulmann. Für seinen scheiß Alk hat er Geld gehabt. Ein Betrunkener kann sich ausschlafen. Aber ein Narr kann nicht klüger werden. Was ging bloß in seinem Kopf vor? Irgendwas mit P, wenn es noch die Fragezeichen geht. Und die Fähnchen stecken alle in Holland. Da hat immer Urlaub gemacht, laut Adam Grün. Das ist sein eigentliches Refugium. Was soll denn bloß mit all dem Zeug? Ja, hier schlägt er der Schöpfung ein Schnippchen. Hier kreuzt er seine Pflanzen. Aber warum arbeitet er hier? Wo er doch in der Gärtnerei alle Möglichkeiten hätte. Viel besser. Weil er was zu verbergen hat. Sollen wir alles durchsuchen? Kollege, das ist kriminalistisch nicht koscher. Das müssen wir der irdischen Gerichtsverkehr überlassen. Da ist der Herr Geiger zuständig. Muschke! Bleib stehen. Was willst du? Dass du dir unsere Aufträge unter den Nagel reißt, geschenkt. Aber wenn dein Sohn nicht deine dreckigen Finger von meiner Tochter lässt. Mein Sohn und deine Tochter, du hast sie wohl nicht mehr alle. Außer die Wanns sich an ihn ran. Ich will dir zeigen, ja, ihr Wanns! Kruschke! Grün! Aus und an, hört sie mal die Streiten auf. Geht es hier bloß noch mit Gewalt? Zorn und Wut machen den Menschen zum Vieh. Erst nimmt mir der Grün die Aufträge weg. Und dann behauptet der Idiot noch, mein Sohn hapert mit seiner Tochter. Tue Buße, Kruschke, und frähe zum Herrn ab deiner Bosheit. Was der Grün sagt, stimmt. Was denn, mein Gärt? Ja, dein Gärt. Und jetzt bäst du 20 Vaterunser um 40 auf in Maria. Und zwar jeden Tag, bis dein Zorn verraucht ist. Ein kluger Mann, ein Pfarrer. Adam Grün. Du glaubst, du kommst ungeschoren davon? Pfarrer Braun. Guten Abend. Haben Sie zufällig meinen Mann gesehen? So, Frau Grün, dem ließ der Rabbi gerade die Leviten. Und zwar dermaßen dagegen sind die altägyptischen Plagen der reinste Blütenzauber. Sie wissen von den Kindern. Und ich hoffe auf die Besonnenheit der Mutter. Ja, die von meinem Adam hat sich leider endgültig in Luft aufgelöst. So wie Sie sich auf der Beerdigung vom Schulmann. Wohin haben wir es denn da so eilig gehabt? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Immerhin sind Sie mit einem solchen Tempo über die Landstraßen Potsdam's geraust, dass Sie sogar meine Haushälterin abgehängt haben. Und das will was aus. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich muss los. Schönen Abend noch. Ah, Mann, er ist wieder hinter mir. Nein, bleib, wo du bist. Die Locken ans Fenster. Ja, und dann kannst du ihn packen. Wer war in der Synagoge? Das ist ja hochinteressant. Ja. Was? Er ist ganz in meiner Nähe. Armin, jetzt! Scheiße! Armin, ich hab doch das alles festhalten. Nicht da in der Schlung. Ich ruf jetzt einen Notarzt da und einen Geiger. Oh, wenn das die Rosshauptnerin sieht. Guten Abend, Herr Pfarrer. Was gibt es denn so Eiliges, dass Sie mich aus dem Feierabend holen? Das war Notwehr. Dieser Mann hier verfolgt mich seit einigen Tagen. Und als der Arm in ihn gestellt hat, hat er ihn attackiert. Hierher! Der Mann muss ins Krankenhaus, Beeilung! So, hopp, 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 hopp! Mensch, Chef, was machen Sie denn hier? Das hätten die mir aber sagen müssen, dass Sie so raviert werden können. Ist das ein Kollege von Ihnen? Was? Ja, ja, dass der gern hat. Der Mann muss ins Krankenhaus! Nicht nötig, Chef, ich bin schon wieder okay. Fixta! Jetzt wird erst mal geröntgen. Morgen haben Sie frei. Geiger! Nehmen Sie meinen Hut runter. Das ist aber auch bei jeder Religion anders. Sie haben mich überwachen lassen. Ja, wenn Sie meine Arbeit unterlaufen und mir wichtige Informationen vorenthalten, da habe ich jetzt meine Leute dafür. Die müssen auch ausgelastet werden, sonst nimmt man mir die wieder weg. Abmarsch! Geht das heute mal ein bisschen schneller mit dem Frühstück? Ich brauche den Tisch. Oh, der schöne Kasten. Der von der Fensterbank gerissen wurde. Wer macht denn sowas? Ich glaube, das war die Frau vom Rabbi. Die will bloß nicht, dass meine Ranunkeln früher blühen als ihre. So was würde die niemals machen. Na, erst verzieht sie dich völlig. Dann bleibe ich hier auf meinem Schweinsbraten sitzen, weil ihr lieber bei Frau Selig ist. Und zu allem Überfluss muss ich mir noch täglich das Gesülze über ihren Garten anhören. Der zeige ich, was eine Hake ist. In kürzester Zeit, den werden sie im Namen des Herrn professionelle Hilfe bekommen. Na, dann kann es ja keiner von Ihnen beiden sein. Wie dem Gott gibt er ein Gräslein, dem gibt er auch ein Häslein. Also diese russischen Autos, kann noch kein Mensch die Armaturen lesen. Was haben die sich vom LKA-Fuhrpark da bloß gedacht? So, Pfarrer Braun, jetzt bin ich am Zuge. Jetzt werde ich Ihnen mal zeigen, dass das LKA auch erfolgreich observieren kann. Ziel anvisiert und los. Also ich muss schon sagen, der praktische Nutzwert der tätigen jüdischen Reue ist ungleich größer als der der katholischen Buße. Das ist diese Unart, diese modernen Patchwork-Religionen, dass man sich nur noch das sagt, was für ein Gott am praktischsten ist. Kippen Sie die ganzen Töpfe einfach draußen aufs Beet. Was? Und schön festrampeln. Wie, da sind Samen drin. Da habe ich tagelang dran gearbeitet. Das ist alles viel zu nass und das muss richtig in den Boden. Na, wenn Sie meinen. Die Strafe habe ich nicht verdient. Der Kruschka hat angefangen und meine Alicia beleidigt. Ja, die Alicia hat dem Gerd ihr Herz geschenkt. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Sie kann keinen Gäu heiraten, niemals. Aber die beiden lieben sich nun mal. Aber was anderes, Herr Grün, der Schulmann hat ein Hausboot gehabt. Haben Sie das gewusst? Nee. Ich war in dem Hausboot und da hing eine Hollandkarte mit leider so kleinen Fähnchen drin, wo ein P drauf war. Was kann denn das P bedeuten? In Holland. Der Schulmann hat mal einen Namen genannt, als er von da zurückkam. Pelizas. Pelizitas. Pelizitas. Ist das ein holländische Frauenname? Hat er da vielleicht amoreissen Abenteuer Urlaub gemacht, oder was? Der hatte bestimmt ein Mädchen da. Womöglich eine Schickser. Aber warum die Fragezeichen? Fragezeichen. Mein Geselle wird ermordet, meine Tochter trifft sich mit dem Gäu, meine Frau verschwindet einfach so. Wo geht die mir hin? Und jetzt soll ich auch noch für einen Pfarrer umsonst arbeiten. Jetzt reicht's mir mit dem Rabbi und seinen Ideen. Ich hab auch noch ein Geschäft. Amen. Der Geiger hat gerade ihn angerufen. Er hat die Lea Grün verhaften lassen. Also noch mal. Warum haben Sie versucht, mich abzuhängen? Ich hab's nicht nur versucht. Es ist mir gelungen. Sie haben mich unterwegs verloren und dann einfach vor der Gärtnerei auf mich gewartet. Na gut. Ihr schneller Kleinwagen, meine schwere Limousine. Aber jetzt müssen Sie mir die Wahrheit sagen. Wo waren Sie? Verstehen Sie doch, Herr Kommissar. Ich möchte Sie nicht belügen müssen. Warum sollte ich Pfarrer Braun anrufen? Was hat er damit zu tun? Es gibt nicht viel, was mit dem katholischen Pfarrer nichts zu tun hat. Was ist hier los? Spritz hier Geisterbahn. Danke, dass Sie gekommen sind. Frau Grün, was kann ich für Sie tun? Darüber möchte ich mit Ihnen reden. Nur mit Ihnen. Allein. Das geht schon in Ordnung. Aber wenn der Geiger jemandem vertraut, dann mir. Letztendlich sogar einen eigenen Mann abgestellt. Nur für mich als vertrauensbildende Maßnahme. Geiger? Genau. Erzählen Sie dem Pfarrer ruhig alles. Das wundert mich jetzt. Eigentlich hätte ich mit ein bisschen mehr Widerstand gerechnet. So, Frau Grün, dann reden Sie mal. Michael Schulmanns Mutter liegt im St. Vinzenz Krankenhaus. Er hat mich gebeten, mich um Sie zu kümmern, während er... Frau Grün, warten Sie mal einen Moment. Obwohl, wenn der Geiger durch solche Methoden zum Erkenntnisgewinn kommt, dann braucht er nicht mehr in den Spiegel fahren. Also, Michael hat gebeten, mich um seine Mutter zu kümmern, während er auf einer von seinen Hollandreisen war. Außer mir weiß niemand von ihr. Sie ist zum Christentum konvertiert. Hat die Mutter inzwischen erfahren, was mit dem Sohn passiert ist? Das ist ja das Problem. Ich wollte es ihr erst sagen, wenn es ihr besser geht. Ach, und deswegen wollten Sie nicht, dass Ihnen jemand folgt, weil die dann, wie Polizei zum Beispiel, unsensible Fragen stellen? Sarah liebt Ihren Sohn über alles. Wenn sie jetzt erfahren würde, dass er nicht mehr im Leben ist, ich glaube, das würde Sie umbringen. Sie müssen mir versprechen, Kommissar Geiger nichts zu sagen. Ja, wie mache ich das? Ach, ich erzähle ihm, dass Sie bei mir gebeichtet haben. Ich als Jüdin? Na ja, solche konfessionellen Feinheiten merkt der Geiger nicht. Bitte schön. Danke, Schwester. Frau Schulmann. Frau Schulmann. Gottes Winn. Herr, gib mir die ewige Ruhe. Sie will ich leuchte, Herr, lass sie ruhen im Frieden. Ewigkeit am liebsten, segelig, allmächtigen Gott, Vater, Sohn und Heiliggeist. Das brauche ich doch, Herr Geiger. Aus, bitte. Wer macht nur sowas? Die alte Frau hat auch niemandem was getan. Sie hatten mit der toten Patientin zu tun. Ja, ich habe Frau Schulmann den ganzen Winter über gepflegt. Und jetzt, wo es wärmer wurde, dachten wir auch, dass es ihr bald wieder besser gehen würde. Sie sind ja vielleicht was aufgefallen. Hast du einen Psychokoppt oder sowas? Ja, die Frau Grün war da. Die Frau Grün weiß ich aber sonst irgendjemand. Ja, heute war noch jemand anderes auf der Station. Der hatte so ein Kapuzen-Shirt an. Dunkelblau war das. Der hatte die Kapuze die ganze Zeit auf. Hier drin. Ich habe geflachst, die Jogger wären auch immer blöder. War das ein Mann oder eine Frau? Ist beides möglich. Danke, Schwester. Achim, gestern hat sie mir noch was verraten. Wenn sie wieder gesund ist, hat ihr Sohn gesagt, dann hätte er genug Geld, um ihr einen Platz in so einem Luxus-Pflegeheim zu finanzieren. Viel Geld hat schon manchem das Leben gekostet. Aber der Schulmann war Geselle, wo soll der viel Geld her haben? Das habe ich auch schon gedacht. Wissen Sie, wer die Einzige war, die an beiden Tatorten gewesen ist? Frau Grün? War ich doch auf der richtigen Spur. Wie immer, Geiger. Wie immer. Können Sie jetzt beschatten lassen. Da schau her, der verlorene Sohn. Na, und Herr Pfarrer. Ich habe auf Sie gewartet. Schön, dass Sie es uns zurückgefunden haben. Ja, und Herr Pfarrer. Es geht um die Alicia, oder? So eine Liebe wie die Eude. Die dürft ihr nicht über Bord werfen. Du musst zu ihr hingehen und musst dir zeigen, dass du zu ihr stehst. Was immer auch passiert. Das würde ich ja gerne. Aber wenn ich nur wüsste, wie. Ich hätte da schon eine Idee. Ja? Dazu müsste ich allerdings den Reibeseelich ins Boot holen. Wie bitte? Sie brauchen das Formular 34 B. Nein, nein. Eine Idee der Information about Michael Schulmann. Amtshilfe. Verstehen Sie? Nein. Rechtshilfegesuch. Ja. Michael Schulmann. Ja, Deutscher. Ach, jetzt brauchen Sie auch noch das Formular 23. Sind Sie sicher? Wissen Sie was? Vergessen Sie es. Ja, auch Ihnen ein Kuh je Mittag. Spinnen doch die Europäer. Sie besorgen mir mal das Formular 34 B und 23. Vielleicht nehmen Sie in Amsterdam. Dann mal die Füße vom Tisch. So, jetzt schauen wir mal. P-P-P-Li-C-I-T-A-S. Das ist ein Wahnsinn. 47.392 Treffen für P-P-P-Li-C-I-T-A-S. Willst du alles über Pelicitas wissen? Komm rein. Hallo, mein Süßer. Auf dich habe ich so lange gewartet. Stört es dich, wenn ich mich schon mal etwas frei mache? Macht es dir was aus, mein Schatz, dich kurz umzudrehen? Herr Pfarrer, Telefon. Jetzt aber nicht blinzeln. Oh, was tust du denn da? Wenn du noch einmal diese Tage... Was machen Sie denn da? Ich recherchiere im Internet nach Pelicitas. Was, Sie suchen eine Frau? Ach, Krampf. Pelicitas. Ei, das gibt es nicht. Das ist eine Tulpensorte. Die sprechen kann. Was? Herr Geiger? Hallo? Hat aufgelegt. Pelicitas. Das ist offensichtlich der Name einer ganz besonderen Tulpensorte. Und für die hat sich der Schulmann interessiert. Aber es ist niederländisch, das kann ich nicht. Eine Tulpensorte, sagen Sie? Ja. Wieso fragen wir dann nicht einfach einen Spezialisten? Die Pelicitas, genauer gesagt, die schwarze Pelicitas, ist ja weitaus mehr als eine Tulpe. Sie ist ein Mysterium. Bitte sehr. Danke. Das die Züchter und Biologen schon seit Jahrhunderten beschäftigt. Die Quellen sagen allerdings, dass sie bereits kurz nach der Einführung der Tulpen in die Niederlande, das muss so um 1590 rum gewesen sein, ausgestorben ist. Also existiert die Pflanze gar nicht mehr? Im Prinzip jein. Die schwarze Pelicitas selbst ist wohl tatsächlich ausgestorben. Bitte sehr. Aber es tauchen seit 400 Jahren immer wieder Gerüchte über Nachzüchtungen auf. Also nicht in der freien Wildbahn, sondern im Labor? Genau. Alle Anstrengungen liefen aber bisher ins Leere und ich fürchte, das wird wir auch so bleiben. Obwohl es immer wieder Blumen gibt, die sind mit Gold nicht aufzuwiegen. Aber seit Professor Deichstra aus den Heldertod ist, sind die Chancen weiterhin gesunken, irgendwelche neuen alten Tulpensorten nachzüchten zu können. Der Mann war einfach ein Genie. Wie war das nochmal mit dem Gold und der Blume? Na ja, bestimmte seltene Tulpenzwiebeln werden für mehrere 10.000 Euro gehandelt. Da mag man sich gar nicht vorstellen, was eine schwarze Pelicitas für einen Preis erzielen würde. Jetzt dürfen Sie dem Pferd einmal die Sporen geben. Tut mir leid, aber zuerst müssen die hier in die Erde. Vielen Dank nochmal, Dr. Tremper. Ich muss sofort in meinen Garten. Das können Sie nicht machen, Rosshauptnerin, das ist dringend. Ich weiß nicht, wie Ihr Arbeitsvertrag aussieht, aber in meiner Jobbeschreibung steht nichts von Kriminalisieren. Rosshauptnerin, Ich brauche ein Auto. Ich auch. Auto ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich fahre Sie gerne, Herr Pfarrer. Also, beim Höchstgewicht könnte es ein bisschen knapp werden. Dann nicht. Was immer Sie vorhaben, Herr Pfarrer, meine Antwort ist nein. Geiger, natürlich alle Orte auf der Hollandkarte. Vergessen Sie die Formulare, machen Sie, was ich Ihnen sage. Und checken Sie nach, ob Sie etwas über eine schwarze Tulpe in Erfahrung bringen, eine sogenannte schwarze Pelicitas. und ob jemand den Professor Deichsler aus den Helder kennt. Ja, am besten gestern. Hier ist auch keiner. Ich habe den Schlüssel. Das Fenster war quasi nur angelehnt. Oh, Herr, du hast den Kelch des Dreiradels an mir vorübergehen lassen. Warum jetzt diese Prüfung mit dieser Nussschale? Ja, das freut mich aber. Ja, grüßen Sie ihn bitte. Danke. Bischof Deininger ist wieder gesund und kann nächste Woche am Ausschuss teilnehmen. Dann wollen wir Gott für die schnelle Heilung danken. Äh, natürlich, natürlich. Und was wird man drohen? Ich habe gebeten, dass man uns mit St. Kassian verbindet. Sie wisst schon. Mühlig? Monsignore Mühlig. Was für eine Freude. Ich möchte bitte Pfarrer Braun sprechen. Selbstverständlich. Nur im Moment ist er leider unabkömmlich. Weg. Leider. Ich hatte vorhin schon einmal in der Sakristei angerufen, da war er auch nicht. Haben Sie eine Erklärung? Ich könnte mir vorstellen, dass im Moment Pfarrer Braun gerade wahrscheinlich bei der Konkurrenz drüben ist. Wie soll ich das bitte verstehen? Na, beim Rabbiner Selig. Der wohnt gleich nebenan. Frau Raushaupt, ne? Sie würden seine Exzellenz und mich doch nicht etwa anlügen, oder? Bischof Hemmelrath hier. Uns ist zu Ort gekommen, dass Kommissar Geigerdienst tut in Potsdam. Und jedes Mal, wenn der auftaucht, kommt, na, Sie wissen schon. Euer Exzellenz, ich könnte mir vorstellen, dass Pfarrer Braun dem Kriminalisieren inzwischen vollständig abgeschworen haben könnte. Haben könnte, haben könnte. Sagen Sie, Pfarrer Braun, dass es diesmal mit einer Versetzung nicht getan ist, wenn er auf dem Potsdam wieder kriminalisiert. Guten Tag. Guten Tag. Glauben eure Exzellenz tatsächlich, dass diese Katze jedes Mausen lässt? Das ist im Moment unwichtig, mühlich. Meine ganze Arbeit im Ausschuss umsonst und Rom ist nun wieder in weite Ferne gerückt. Es haben sich wertvolle Kontakte ergeben. In der Politik ist man auf Sie aufmerksam geworden. Diese Aufmerksamkeit erlischt genauso schnell, wie sie entstanden ist. Darum brauchen Sie eine zündende Idee, ein neues Projekt, ein Fanal. Gut, mühlich. Sie haben drei Tage Zeit für ein solches Fanal. Halt, hören Sie auf damit. Ich fass das nicht. Sie schon wieder? Das muss erst untersucht werden. Was denn, was denn? Wollen Sie ein paar Würmer vom Absuchen retten? Arisha? Ja? Wir suchen Tulpenzwiebeln. Tulpenzwiebeln? Solche. Schwarze Pelicitas? Die Popen sind ohne nicht wertet, was sie mal waren. Da ist jemand abgehauen. Schaut aus wie der Kapuzenwan, die es mit dem Krankenhaus beschrieben haben. Das ist ja der Wahnsinn. Herr Pfarrer, wussten Sie das? Ich glaube es nicht. Sie haben wirklich recht. Das ist eine echte... Schwarze Pelicitas. Das sind noch mehr. Das sind Zwiebeln der legendären, schwarz blühenden Tulpe. Haben Sie das gewusst? Wo das Wissen aufwärts setzt der Glaube ein. Also sagen wir so, ich hab's vermutet. Ich hab die immer für ein Märchen gehalten. Dieses Märchen packen wir jetzt ein und kein Wort zu niemandem. Und jetzt bedecke dein Haupt und bring mich endlich zurück ans Ufer, denn der Ort, an dem du erwartet wirst, ist heilig. Ich hab's nicht mehr. Akset und mehret euch. Was machen wir eigentlich hier? Wir führen zwei junge Menschen zusammen. Da schauen Sie, der Rabbi schlägt das Buch mit links auf und er blättert mit links. Er macht sozusagen die ganze Messe mit links. Das beweist er jetzt Linkshänder. Lassen Sie was, Herr Farrer, das kann er von mir aus halten, wie er will. Greger, unser Börder muss doch Rechtshänder sein. Und außerdem haben wir doch die Information, dass er jede Menge von Blumen verstehen muss. Die Kärcher verneigen. Erst umdrehen, dann verneigen. Macht mich hier zum Großaugust. Und damit sind Sie außer Verdacht, Rabbi Selig. Linkshänder, gut, dass ich dabei geblieben bin, danke. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Frau Grün, Herr Grün. Es ist so, ich würde ganz gerne mit Ihnen über Alishas und meine Zukunft reden. Eine gemeinsame Zukunft für Alisha und einen Kruschke wird es nie geben. Adam, jetzt hör dir doch an, was der junge Mann zu sagen hat. Kommt, wir sind hier im Moment wieder am Sturkopf. Der Greger, jetzt hat er die SMS entdeckt. Ihre Pelicitas ist eine Tulpe. Jetzt habe ich Ihre SMS entnommen, Greger. Und Ihr Professor Deichstra, aus dem Helder ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Sein Tulpenlabor war völlig verwüstet. Mord? Gut möglich, aber jetzt kommt es. Schulmann hatte zu der Zeit, als es passierte, seinen Ferienbungalow gemietet. Ganz in der Nähe. Aha. Da verwirrte mein Hut drauf, dass meine schwarze Blitzer, das aus dem Labor von Professor Deichstra stammt. Moment mal, habe ich jetzt irgendwie was versäumt? Würden Sie das nicht dann machen? Ich darf nicht, Charis. Was macht das auserwählte Volk im gelobten Land, wenn der so ein Sabbatscharmes für mich nicht hat? Er sitzt im Dunkeln. Aha, und wo sitze ich? Milch oder Fleisch? Eindeutig Milch. Gerd Kruschke war jetzt dreimal bei mir. Er will Jude werden. Mit Katholiken haben nichts zu verschenken. Beim nächsten Mal kann ich ihn nicht so einfach zurückweisen. Dann hat der Herr Jesus wohl verloren. Warum verloren? War Jesus nicht selber Jude. Aber er hat eine eigene Firma. Shalom. Die beiden können nur glücklich werden, wenn sich die Familien vertragen. Weiß Gott, dazu müssen wir sie beide an einen Tisch bringen. Schwierig. Solange alle verdächtig sind. Allerdings. Ich habe übrigens herausgefunden, dass der Mord an Schulmann, dass der mit einer Tulpenzwiebel was zu tun hatte. Eine Tulpenzwiebel? Ja, es gibt da Züchtungen, die sind gleichbedeutend mit der Lizenz zum Gelddrucken. Und sowohl Kruschkes als auch Grüns brauchen Geld. Es lebt sich nicht so gut mit Geld, wie es sich schlecht lebt ohne. Herr Pfarrer, schauen Sie mal. Gestern waren die Ranunkel noch ganz geschlossen und nun über Nacht diese Pracht. Hat der liebe Gott gemacht und damit Rosshaupt und ihn selbst zum Blühen gebracht. Apropos Blühen, Ihnen blüht auch noch was. Der Bischof hat Wind davon gekriegt, dass Sie wieder kriminalisieren. Ist der doch? Nee, aber er hat gestern angerufen. Er war ganz schön sauer. Ich sehe uns zwei schon in Grönland. Was haben Sie gegen Grönland? Da können Sie mal richtig mit mir Schlitten fahren. Guten Tag, Herr Pfarrer. Gott zum Gruß, lass Sie helfen. Sie haben ja schon die ersten Frühlingsbroten. Tja, nicht jeder hat einen grünen Daumen. Na, Sie schon. Die sind ja wunderschön. Herzlichen Glückwunsch. Also meine brauchen noch ein paar Tage, bis sie blühen. Dafür können Sie aber auch sehr gut kochen. Verraten Sie mir Ihr Rezept mit der Lammschulter? Aber dafür müssen Sie mir verraten, was Sie mit den Ranunkeln gemacht haben. Mhm. Herr, Du bist reich an Erbarmen für alle, die zu Dir kommen. Schenke Deiner Dienerin Sarah Schulmann seligen Frieden, ewige Ruhe und den Glanz Deines Lichts. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke Ihnen. Ich weiß nicht, was üblich ist für eine Totenmesse. Sie sind mir nicht schuldig. Dass Sie mich als Jüdin um diesen letzten Dienst gebeten haben, ist mir Dank genug. Was sollte ich denn machen? Ihr Sohn ist tot, sie hat keine Angehörigen, sie ist Christin geworden. Einer muss doch das Kaddisch für Sie sprechen. Herr, Du hast mich durch Deine Gnade zu Deinem Werkzeug gemacht. Hilf mir, dass ich diese Aufgabe löse, dass er Ruhe ist. Herr, hast Du was? Abraham und Isaac, was so jetzt ist? Ach, Abraham nahm das Messer, auf das er seinen Sohn schlachte. Da kam der Engel des Herrn. Genau, so wird der Schuh draus. Also, aber wenn der Vergleich nicht ganz koscher ist, also ausdrein, das ist es. Herr Pfarrer, entschuldigen Sie bitte. Alicia, was machst Du denn hier? Ich möchte Sie bitten, mich in Ihre Kirche aufzunehmen. Du willst zum Katholizismus übertreten? Ja. Sie haben die Vorzüge Ihrer Religion überzeugend dargestellt. Alicia, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber der Gerd hat vor, zum Judentum überzutreten. Das würde meinem Vater nicht reichen. Ich kann versprechen, eine gute Christin zu werden. Willst Du das nicht nochmal überlegen? Es geht hier um eine wahrhaftige Überzeugung. Warte wenigstens bis morgen. Wir haben schon so lange gewartet, irgendwann kann man nicht mehr warten. Morgen wird sich einiges klären. Du gehst jetzt zum Rabbi und bittest ihn, dass Du heute Nacht bei ihm im Haus übernachten kannst. Der Gerd wird bei uns im Pfarrhaus wohnen. Gut, wenn ich eure Familie nicht mehr vermisse. Das soll was bringen? Vertrau mir. Ich weiß es aus sicherster Quelle. Ich weiß es aus sicherster Quelle. Amen. Halisha ist verschwunden. Shalom. Shalom, wo ist sie? Bei mir. Und da wird sie vorerst auch bleiben. Ihr solltet wissen, dass Gerd Kruschke willens ist, den jüdischen Glauben anzunehmen. Das wird nie passen. Adam. Das sollte es wert sein, Gerd anzuhören. Und auch seine Familie. Ihr solltet miteinander reden. Sie verlangen zu viel von mir, Herr Räber. Keine Angst. Das Treffen findet bei mir statt. Morgen. Wenn Du Deine Tochter wiedersehen willst, musst Du zu mir kommen. Wir kommen sehr gerne. Der Gerd ist einfach abgehauen. Lässt uns mit der Arbeit alleine hier. Wir sollen zum Gerd ausrichten, dass Sie morgen zum Rabbi zum Essen kommen sollen. Da wird alles besprochen werden. Zum Rabbi das hier doch nicht. Ich werde auch da sein. Ich muss mich für den Jungen entschuldigen, Herr Pfarrer. Ich meine, weil er Jude werden will. Der kann uns mit dem Betrieb da hier nicht im Stich lassen. Den kann ich zumachen. Allt wegen der Grünschnallischer. Ja, es ist Ihr Sohn, er hat ein Recht auf eine Aussprache. Und wenn Sie ihn sehen wollen, dann kommen Sie morgen. Und Herrn Nolte, den bringen Sie mit. Der geht ja zur Familie. Da habe ich keine Zeit. Wieso nicht? Ich muss noch den Kompost umgraben. Der Kompost kann warten. Meinst du, ich gehe da alleine hin? Das bist du, Herr Räber! Du sollst dem Herrn, deinem Gott, dienen. Dann wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Ist grün. Oder glaubst du, hier ist irgendetwas nicht koscher? Demian, rein auf den Tisch! Nee! Sei endlich still, Adam! Uns passiert wirklich noch ein Unglück. Wir sind Gäste im Haus vom Rebbe. Und es geht um das Glück deiner Tochter. Ich sage es ja nur ungern, aber der Grün hat recht. Das ist ja keine Aussprache. Das ist so weit wie ein Verlobungsessen. Die beiden wollen heiraten. Ja, und wir beide wollen es nicht. Weißt du eigentlich, seit wann du so kalt und aggressiv geworden bist? Na klar. Seitdem der mir über den Deckel gelaufen ist. Nein. Seit Mutter gestorben ist. Und ich will so nicht werden. Mein lieber Kruschke, mein lieber Grün. Wenn zwei Kinder Gottes sich lieben, dann wird es Zeit, sich zu versöhnen. Er sagt es. Rabbi, ich hätte eine kleine Bitte an meinem Salat. Da fehlen Zwiebeln. Zwiebeln gibt es genug. Brot. Dann tun Sie halt noch welche drauf, Herr Pfarrer. Hey, so schwarz. Sind die noch gut? Ich glaube, die ist bestimmt schon schlecht. Ich hole Ihnen noch eine. Nein, die ist schon nicht schlecht. Frau Selig hat bestimmt noch ein paar. Jetzt schneiden wir sie mal auf, dann sehen wir sie schon. Da sind jetzt genug Zwiebeln am Salat. Geben Sie sie her. Herr Nolte, was hat es mit dieser Zwiebel auf sich, dass Sie sich so aufregen? Ist das die schwarze Pelicitas? Die berühmtesten und wertvollsten Tulpen dieser Welt? Schulmann hatte sie, Sie wollten sie, oder? Ich habe ihm doch erst von Deichstras Erfolg in Holland erzählt. Und als ich dann von dem tödlichen Überfall auf ihn hörte, Schulmann hat behauptet, er wäre es nicht gewesen, aber ich weiß, er war da. Und dann wollten Sie die Chance nützen und reich und berühmt werden, indem Sie den Professor Deichstra beerben und als berühmtester Tulpenzüchter der Neuzer in die floristische Literatur eingehen. Schulmannsmotive dagegen waren weitaus edler. Er wollte mit dem Geld seiner kranken Mutter helfen. Ihm war doch die Pelicitas egal. Aber dann ist ihm die Sache über den Kopf gewachsen. Deswegen hat er in der Synagoge um eine Verabredung beim Rabbi angesucht, oder? Er wollte sein Gewissen erleichtern. Und die Zwiebeln zurückgeben. Er hat aber in der Synagoge keine Zwiebeln dabei. Nicht in der Synagoge. Auch nicht in der Laube und auch nicht auf dem Hausboot. Und auch nicht im Krankenhaus bei der kranken Mutter. Sie wollte mir nicht verraten, wo die Zwiebeln sind. Und dann haben Sie es umgebrucht. Sarah wusste überhaupt nichts von Zwiebeln. Ich weiß, dass es mir nicht zusteht. Darf ich Sie einmal berühren? Ich werde Sie ja nicht mehr blühen sehen. Keine Angst, der kommt nicht weit. Halt! Stehenbleiben! Kriminalhauptkommissar Geiger vom LKA. Die sind vorläufig festgenommen. Kai Nolte. Geiger, Respekt. Gute Arbeit. Wie Sie den Fall gelöst haben, das war Interpol-mäßig. Nein, nein, ich bleibe erst mal beim LKA. So, mitkommen. Und ihr zwei, ihr reißt euch jetzt zusammen. Ihr habt schließlich jeder Kind gewonnen. Da hat er recht. Erst verlieren wir Schulmann, dann auch noch Alicia. Soll ich zumachen? Der Kai, der kommt ja wohl nicht mehr. Und wenn der Gerd jetzt Jude wird, dann geht er doch zu denen da. Was seid ihr nur für dumme Sturköpfe. Wir sind bald eine Familie. Und in einer Familie, da hilft man sich. Mit dem da? Mit dem größten Sturkopf Potsdams? Ja, wie groß ist schon Potsdam? Jetzt, da eure Eltern den Weg der Versöhnung beschritten haben, werdet auch sicher ihr bald in den Hafen der Ehe einlaufen. Das geht nur, wenn Gerd ernsthaft Jude werden will, das wissen Sie doch. Nur wegen Alicia geht das nicht. Dann muss eben Alicia zum Christentum übertreten. Dann sind wir geschiedene Leute. Wurzulang sind wir nicht verheiratet. Wir wollten Ihnen gerade mitteilen, dass unsere Pläne sich geändert haben. Wir wollen erst mal standesamtlich heiraten. Ja, und dann sehen wir weiter. Aber vielen Dank für Ihre Hilfe. Ohne Sie hätten wir die beste Lösung nie gefunden. Ohne Hashem keine Ehe? Ein Christenmensch soll sich sowas nicht antun. Mit Gott würfelt man nicht. So ist es. Auf jeden Fall, Ihre Kinder werden Juden sein. Das ist mir nicht sicher. Weil kampflos gibt sich die katholische Kirche nicht geschlagen. Wohlgesprochen, Pfarrer Braun. Wenn es wahr ist. Unser Besuch dürfte Sie nicht überraschen, Braun. Sie wissen, warum wir hier sind. Vielleicht, weil ich wieder kriminalisiert habe. Er gibt es auch noch zu. Ich musste dem Rabbi Selig helfen. Das war so eine Art gottgewollte Amtshilfe. Weil schließlich haben alle denselben Herrgut. Ich bin Pfarrer Braun zu großem Dank verpflichtet. Ohne ihn stünde ich womöglich immer noch als Mörder da. Das freut mich für Sie. Aber das ist nicht die Aufgabe unseres Pfarrers. Aber seine seelsorgerische Tätigkeit. Er hat mit großem Einsatz erfolgreich das Verständnis zwischen Juden und Christen gefördert. Ich werde dem Zentralrat in Berlin davon berichten. Mein Bischof, wenn die Herren der weltlichen Politik überhaupt etwas begreifen, dann das Moment der Verständigung zwischen den großen Weltreligionen. Sie haben recht, Müllig. Das könnte unser, wie haben Sie das noch genannt? Ach ja, unser Fanal sein. Braun, wir kommen. Braun, Sie haben mein Verbot. Wieder einmal übertreten. Aber einem Mann Gottes helfen, ist eine in besonderem Maße barmherzige Tat. So. Und jetzt möchte ich von Ihnen einen Bericht über Ihre interreligiöse Arbeit haben. Also, das war das so. Sofort. Erst muss ich Ihnen noch etwas sagen. Und? Eine neue Pfarrei. Habe ich jemals kriminalisiert, ohne dass nicht mindestens eine neue Pfarrei rausgesprungen wäre? In der Bibel steht schon, alles hat seine Zeit. Aber für Sie tut es mir jetzt leid, Rosshauptin, wo Sie gerade Ihren grünen Daumen entdeckt haben. Ach, wissen Sie, Herr Pfarrer. Jetzt, wo alles so grünt und blüht, da fängt es direkt an, mich zu langweilen. Armin, packen. Nicht schon wieder. Der Rabbi selig, würde ich in so einem Fall sagen, ist es nicht, wie man will, so muss man wollen, wie es ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 MAN. Untertitelung des ZDF für funk, 2017